Ich zeige dir heute ein paar meiner neuen Lieblingsprodukte und erzähle ein bisschen zu meinen Reisevorbereitungen. Wenn du das Video jetzt hier sehen kannst, dann bin ich schon in London angekommen und vielleicht bin ich auch schon auf dem Weg nach Sorshampton. Von da geht die einwöchige Prämienreise Norwegen los und da werde ich bestimmt berichten. Und ich habe schon meine Koffer fertig gepackt. Also es ist jetzt Freitagabend und ich habe tatsächlich diesmal montags schon angefangen, alles rauszusuchen, mir ein bisschen zu überlegen, was kann ich wie kombinieren, was brauche ich alles. Ich nehme den neuen Norweger Pullover mit, den ich von Stampin' Up habe. Es könnte mindestens auf einer der Stationen auch wirklich kalt werden. Ich habe eine Mütze, ich habe Handschuhe mit, ich habe aber auch ein paar Kurzabendsachen dabei, sodass ich so ein bisschen Lagenlook machen kann und sehen kann, wie warm oder kalt es wird. Also Koffer sind fertig gepackt. Mein Mann fährt mich morgen früh zum Hamburger Fluthafen und meine Freundin Petra wird von ihrem Mann auch zum Flughafen gefahren. Und da treffen wir uns und dann beginnt unser schönes Stampin' Up Abenteuer. Und was wir letzte Woche auch noch gemacht haben, wir haben schon für Ende August für die Führungskräfteveranstaltung Backstage unsere Flüge und unser Hotel gebucht und werden Ende August mit Stampin' Up zum Geschäftstraining nach Las Vegas fliegen. Also dieses Jahr bin ich, nachdem ich jetzt ein paar Jahre pausiert habe, auf Reisen wieder unterwegs mit Stampin' Up. Und trotzdem hat ja aber auch der Katalog gestartet und ich habe verschiedene neue Lieblingsprodukte. Und ich habe gedacht, ich zeige dir mal was. Ich versuche mal, ob ich jetzt hier, mal gucken, genau, da bin ich auf den Tisch gekommen. Das sind ein paar der neuen Embellishments, der neuen Steinchen und Klebesachen. Also hier zum Beispiel finde ich sehr, sehr, sehr edel. Die heißen funkelnde Schmucksteine und sind so Gold, Silber und so ein, ja, Schwarzton. Ganz schön. Die mag ich sehr gerne. Hier haben wir so eine Flitter, flitternde Schmucksteine. Da ist so ein bisschen, da kann man das sehen, so ein bisschen Flitterglanz drin. Finde ich auch sehr nette Farben. Dann haben wir verschiedene Pailletten. Richtig schön finde ich die neuen Incolor. Dementsprechend mag ich auch diese neuen Schmucksteine sehr gerne. Also mit Schmucksteinen, mit Bling Bling kann man mich immer entzücken. Da bin ich mal gespannt, hast du auch schon neue ausprobiert? Was sind denn deine? Was magst du da gerne? Also das sind die Schmucksteine. Ein ganz tolles neues Produkt finde ich. Diese kleinen karierten Tüten in den Incolor Farben. Also das hier ist Malve, Boho Blau, Kieselgrau, Wilder Weizen und Kupferbraun. Ich halte das mal hoch, dann kann man das gleich ein bisschen besser sehen. Und dadurch, dass das so viel weiß ist, sind die schön hell und freundlich. Und wenn man mal was Nettes verschenken will, dann kann man zum Beispiel auch in so eine Tüte sowas reinpacken. Meine Freundinnen freuen sich über sowas. Deine vielleicht auch. Dann habe ich mal geguckt. Wir haben ja elf neue Farben. Welche Farbkombinationen mir denn besonders gut gefallen? Und da habe ich zum Beispiel hier Babyrosa, Fresienlila und Sommerbeere als drei neue Farben. Finde ich sehen sehr schön zusammen aus. Als Zweierkombi mag ich hier einmal Lagunenblau und Faunengrün sehr gerne. Ich habe noch eine zweite Zweierkombi, nämlich Pekanus und Abendblau. Und die letzte Farbkombi, da finde ich, gehen alle vier Farben gut zusammen. Das ist Zitronenparfait, Limette, Azurblau und Blaubeere. Sieht, finde ich, auch sehr schön sommerlich aus. Kann ich mir auch für Kreuzfahrterinnerungssachen gut vorstellen. Mal schauen. Und dann habe ich mir auch mal drei neue Lieblingsstempelsets gegriffen, beziehungsweise Produktpakete. Bei den ersten beiden gehört jeweils eine Stanzform dazu. Also bei der runden Sache gehört diese Kreisstanze, diese riesengroße 2-3-Achtel dazu. Ich finde es ein ganz tolles, vielseitiges Set auf Deutsch mit einem englischen Happy Birthday drin. Das zweite Set ist Handmade Hugs. Du erinnerst dich vielleicht noch an diese Etikettstanze. Dazu haben wir jetzt eine ganz tolle Umrandung und ein paar nette Sprüche, die ich für mein Team ab und zu auch mal verwenden werde, denke ich. Also das mag ich auch sehr gerne. Und dann habe ich hier noch das Freude am Kreieren. Dazu habe ich ja schon ein Video gemacht. Da finde ich auch diese Sprüche so toll. Das Leben ist schöner, wenn du kreativ bist. Und das ist so vielseitig. Und also, wenn du mich fragst, das sind meine aktuellen drei Lieblingsproduktpakete. Dazu gehören ja auch Stanzformen. Das finde ich sehr vielseitig, sehr gut nutzbar und mag ich total gerne. Und ja, wie gesagt, ich bin in den Vorbereitungen. Nächste Woche teaser ich schon mal an, kommt ein Video mit den Ehrungskarten, die ich für mein Team noch vor der Reise gebastelt habe. Da bastel ich mit dir zusammen. Das Video habe ich schon abgedreht. Und dann komme ich ja auch schon wieder. Also in gut einer Woche bin ich abends schon wieder zurück und kann dann berichten, Fotos sichten und freue mich jetzt einfach unheimlich, morgen die ersten Kolleginnen international schon alle zu treffen. Und wir haben eine Nacht vorweg in London, wo wir schon mehrere Kollegen treffen können. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, nachdem wir uns ja dank des großen Cs ein paar Jahre international nicht in echt treffen konnten. Wir uns aber viel in Zoom-Räumen getroffen haben, also in virtuellen Meetings. Das war das Wort, was mir nicht einfiel. Und insofern, es haben ja gut 300, ich weiß jetzt gar nicht, fast 400 Kolleginnen diese Reise erreicht. Und ich denke mal, gute 300 sind vielleicht auch auf dem Schiff. Es fahren ja immer nicht alle mit. Eine Kollegin hatte es jetzt gerade ganz schlimm mit einer Krankheit erwischt, mit dem Blinddarm. Das tut mir total leid. Die ist jetzt vorgestern operiert worden. Die kann leider nicht mitkommen aus Deutschland. Bei einigen sind Flüge abgesagt worden. Und da konnte aber glücklicherweise dann umgebucht werden, sodass hoffentlich alle, die wollen, sonst mit aufs Schiff kommen können. Und ja, die Sprache wird Englisch sein. Das habe ich ja die letzten Jahre ganz gut trainiert. Das reicht hoffentlich zum Verständigen. Und sonst haben wir ja auch noch Übersetzungs-Apps und gucken mal. Und ja, es ist sowas wie ein ganz großes Klassentreffen für uns Demonstratorinnen, für uns Stampin' Up-Kolleginnen. Also ich bin sehr gespannt. Und wenn du magst, berichte ich davon gerne. Zeige ein paar Fotos, werde mein Erinnerungsalbum füllen. Ich habe dann auch im Wochenende über den 1. Juli mein Team-Wochenende, wo wir uns vor Ort treffen und ich dann das Fotoalbum auch schon fertig haben will, um was zeigen zu können. Und ja, sonst nehme ich mir mal ein paar Tage Auszeit vom Geschäft. Ich habe aber Internet gebucht. Also ich bin per WhatsApp und per E-Mail erreichbar. Ich werde täglich reingucken. Also da werde ich gucken, wenn ich wieder da bin, wird es wahrscheinlich noch mal eine Sammelbestellung geben. Und sonst fliege ich morgen los, beziehungsweise bin schon losgeflogen, wenn du dieses Video sehen kannst, und werde dann berichten.